Musik Ich bin Jan Heito, Zahnarzt in München. Das Thema Kunst war für mich schon immer sehr spannend. Und ich habe von Kindheit an sehr gerne etwas mit meinen Händen gestaltet. Schöpferisches Arbeiten, nicht abstrakt, sondern mit einem konkreten, greifbaren Ergebnis, erlebe ich persönlich als sehr erfüllend. Für mich ist Zahnmedizin, Handwerk, Kunst, Medizin und Wissenschaft gleichermaßen. Das prägt auch meine tägliche Herangehensweise. Im Grunde bin ich nie wirklich zufrieden mit dem erreichten Stand in der Zahnheilkunde und komme daher immer wieder auf neue Ideen und entwickle bessere Lösungen. Wenn dann etwas auch sehr gut funktioniert und sich klinisch bewährt hat, dann möchte ich das auch gerne an meine Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Deswegen unterrichte ich seit über zehn Jahren als Referent an mehreren Zahnärztekammern und für verschiedene Fachgesellschaften. Nicht zuletzt durch mein zweibändiges Fachbuch Anteriores, natürlich schöne Frontzähne, habe ich mir in fachlichen Kreisen international und national einen hervorragenden Ruf erarbeiten können und werde daher regelmäßig im In- und Ausland auf Kongressen und für Vorträge eingeladen. Am meisten gefällt mir aber immer noch die Arbeit direkt am und mit dem Patienten. Immer mit dem Ziel, das Beste zu geben. Am meisten. 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 Vielen Dank.